Ja! Oh, das ist krass. Warte mal, ich versuche mal... Oh, da steht ja ganz stolz. Boah. Äh... Longhorn ist... Ich hab ihn. One-Shot. Ja, ja. Ja, ja, weil du besser ziehen kannst. Longhorn ist Kurzstreckenwaffe. Ja, da ist dein Geweif von hier aus. So, okay, wir können ja von hier runter. Ähm, ja. Ein Kopfschuss ist immer Kopfschuss. Also wenn du sicher hast, wenn du zweimal Brustkopf oder so, dann ist der dauernd. 5 brauchst du nicht. Ach so, was ist hier irgendwo? Ja, ja, ich guck gerade, ich mach, ich geh rein. Alter, Alter, ich... Zombie Zombie! Ja. Geh raus! Da kommt doch rechts, rechts. Ah ja, okay, warte. Brauchst du nicht schießen, deine Munition ist... Alter! Ich musste, der war schon fast da. Ja, ja, aber verstehe ich nicht, warum die nicht... Da kommt doch eine. Ich mach dich. Oh, mein, Alter. Oh, mein. Ja, das ist eine... Wie stark sind die denn jetzt? Was? Keine Ahnung, ey. Doch lieber eine 45er nehmen. Ja, Absolut. Klar. Das ist was du machst. Versuch mal einen One-Shot. Äh, es ist ein Militärzirn hier, aber... Ich hab ja wohl einen One-Shot mitgegeben. One-Shot. Na klar. Down! Down! Ich seh' dich gleiten, aber richtig schnell und rumspasten dabei. Das sieht aus... Ja, ja, aber du bist wie gestern bei dir. Das hab' ich nicht gesehen. Das sieht aus wie... Ah, da steht ein Zombie auf dem Feld. Ich muss kurz was ausprobieren. Willst du ja, sonst finde ich ihn nicht. Nee, nee, warte. Ich will ja ausprobieren, weil er lässt mir keine Ruhe, sowas. Ehrlich nicht. Naja, gut. Wie viele Meter? Nö, das kommt doch hin. Also 50 Meter muss jetzt sitzen, oder? Ja, geh nicht zu nah ran. Ich glaub, das müsste reichen jetzt. Ja, warte. Also, wenn das nicht reicht, dann heiß ich Freddy, ey. Wirklich. Okay. Oh ja, das ist jetzt. Schade, ich hätte dich jetzt gern ab sofort mit Freddy angesprochen. Der kommt direkt auf uns zu. Ach doch, scheiße. Was soll ich? Ja, ein Schuss hat gereicht. Ah, fuck. Sascha, halt. Verschwendung. Ja. Naja, aber ich geh auf Nummer sicher. Der Typ war schon ziemlich nah, also. Ja, dann ist es so. Scheiß raus, dann wissen wir jetzt, wir sind hier. Weißt du was? Ich will der AK ab. Okay, du checkst du die Baracken. Und ich geh ins Polizeigebäude. Ich kann auch. Endlich. Ich hab sie endlich gefunden, Alter. Mit zwei Slots. Weißt du, ich renn hier mit diesen billigen TTS-KO-Pens rum mit sechs Slots. Äh. Jetzt. Weißt du, endlich hab ich die gefunden. Bleib mal so. Oh. Ist sexy, oder? Das sieht richtig gut aus. Mhm. Da fühl ich mich gleich sportlich. Geiles Ding. Da ist sogar ein Logo drauf. Ich kann es nur nicht erkennen. Warte mal. Ja, dann mach mal ein Screenshot. Sport steht drauf. Sport. Ich mach mir nur das Logo des Screenshot. Ja, mach mal. Fett. Den hab ich. Ist geil. Okay, lass uns los. Endlich hab ich die. Hier ist ein Zombie um die Ecke. Wo? Hier. Da, wo ich ihm sag. Oh, warte mal. Nicht schießen. Einmal noch. Ich will. Ach, mach. Einmal. Das kurz. Oh. Moment. Ha. Hast du ihn nackladen können, ne? Nicht, dass der uns hört jetzt. Ja, hört er bestimmt. Ist das egal. Ne, stimmt doch nicht. Jetzt. Mal machen. Alter. Die ist laut, ja. Ich krieg ne volle Gänsehaut, ey. Hm, du kriegst nen Ständer wahrscheinlich bei dem Ding. Das auch. Longhorn Ranger! I'm a Longhorn Ranger! Longhorn Ranger! He's the Longhorn Ranger. I'm the Wiener! Oh! Baum fällt. Ja. Da ist ne Rude drin. Oh. Also merke dieser komische dunkle Baum. Also da haben wir jetzt ne Angeln, ne? Äh. Türe. Das braucht vier Slots in der Länge frei. Ja, ich mach schon. Ja, Jungs. Wir haben alles zum Angeln. Wir haben sogar ein Messer. Jetzt wird geangelt. Und dann braten wir so nen scheiß Fisch, Alter. Ich will endlich mal... Vier Slots in der Länge? Ja. Schmeiß die drei Flares weg. Du kriegst nen Dose weg. Du musst gar nicht irgendwas bringen. Ich hab einen Flair weggeschmissen. Einen nur. Das hat schon gereicht. Wie viel du brauchst? Vier Slots? Wo seid ihr denn? Wo ist die Esche? Hier bei mir. Hier, wo ich stehe. Alles klar. Ja, ich hab die Esche. Ach ne, die muss... Ach, die ist nach oben nicht. Ja, dann musst du was umräumen einfach. Ja, ja. Mach einfach was. Was? Aber... Hä? 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 Kleiner Reiner. Die haben verbraucht fünf. Ja, dann mach halt noch einen Platz frei. Ist verpasst. Oder gib mir irgendwas. Ich hab noch zwei. Nein, ich hab die drinne. Alles gut. Ich hab nur noch einen Fluss frei. Du hast die ganze Esche mit fünf Schlots breit. Hast du jetzt drin? Ja. Tut das nicht weh? Und trotzdem noch... Was? Der hat tierisch weg. Aber... Dafür kann man dann nach und gut angeln. Ich hab meine Techniken. Meine ich ja nicht unerfahren nicht, was? Richtig. Ich falle immer so gerne auf Flaschen. Ja. Ein Slippt. Doktor. Ich bin ausgerutscht. Schon gut. So, Anglerroute haben wir. Und jetzt müsstest du eigentlich... Wie das sein? Äh, Körig, du hast doch jetzt noch freie Plätze, ne? Geh mal wieder dort hoch, wo wir, äh, den Baum gefällt haben und hol mal das Holz. Wir machen dann hier gleich ein Feuer. Nein, nein. Auf keinen Fall. Nee. Warum? Nee. Alter. Mitten auf der Küste ein Feuer. Genug Spieler drauf hier. Ach Quatsch. Wir gehen einfach in den Wald hoch und hacken nachher schnell noch ein Baum. Ja, aber ich brauch jetzt nicht zurückzugehen. Aber ich, äh, Rainer, ich sag dir gleich, das wird nicht gehen. Denn laut Info... Rainer, nicht zu tief. Rainer, nicht zu tief, sonst gehst du drauf. Geht nicht. Nein, man kann ja schwimmen. Nee, laut, äh, eben, laut... Leg dir gut, ich steck sie wieder ein. Leg dir gut. Laut, laut Patch-Info geht das nur in den Pornos, also in den Tümpel. Bingo. Feuer. Wo ist es denn? Ach, da. Ja, schön. Schieß doch, Jungs. Nee. Ja, ruhig. Beide geschossen. Geil. Sauber. Ja. Nice. Oink, oink. Cool. Nice. 1,1,1. Oh, ja, doch. Warum sind wir so langsam, ey? Nee, weil... Weil es schon tot ist? Ja, zwei Schuss hat gekauft. Ja, ich hab auch, ich hab's so gesehen gesehen, aber... So, was düster ist das? Wer hat das Messer? Ich. Na, dann mach mal. Ich kann nichts machen. Schuh, buddy, hide, buddy. Mehr nicht. Was? Nein. Du hast ein Messer. Ja, ja. Ey, komm. Du meintest mit dem Küchenmesser, wenn du jetzt in ein Video mit ihm gehst. Ja, ja, wartet doch mal. Oder guck ihn an und versuch mal dann rechts wieder das Messer zu machen, während du in der Nähe bist. Ach so, ich soll es mal in den Hand nehmen, ne? Ja, sowieso. Ja, okay. Scan and Scarce by... Boah. Siehste? Es funktioniert tatsächlich. Guck's dir an, er macht's. Ja, ich seh's. Jetzt, äh, häutest du das Vieh grad. Hey, du hast so'n Fell jetzt. Guck mal. Da liegt es so an den Füßen. Ähm. Ja. Leider ist das bloß... Na, weil du Skin gemacht hast. So hast du... Wie viel, wie viel hast du denn? Platz? Äh, ich? Äh... Nicht viel. Einen? Gar keinen. Das Bierfell da nicht reinziehen. Das geht nicht. Ne, dafür ist es auch nicht gedacht. Das wird schon was anderes an sein. Geil. Das ist nicht zum Verbrennen gedacht. Geil, geil. Gut. Na dann? Ne, ich wollte es davor ausrollen, weißt du? Irgendwieso. Ach so, ne. Ich weiß eigentlich noch nicht 100%ig dazu, dass es gut ist. Okay. Aber das wird irgendwas anders sein. Kann ich machen? Oder wollt ihr? Ja, macht. Guck ihn an. Guck ihn an. Guck ihn an. Also jetzt nur anzünden jetzt, oder? Ja. Einfach anzünden. Ja. Zündet an. Jawoll. Äh. I matches? Ach da. Ja. Nice. Ja. Sehr schön. Sieht nett aus. Guck mal. 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 Ich hör ihn sogar. Ich hör ihn auch. Ja. Und das sieht geil aus. Immer die Flamme an. Oh, mit Kochtopf. Juuu. 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 Ja. Geht auch. Was soll ich ... also. Ach so. Ich meiß meins ins Lagerfeuer. Schaut mal einer auf die Uhr. Ich kann es nicht drauf schmeißen. Aufs Lagerfeuer. Äh. Na einfach auf das Fireplace Kiste ziehen. Hab ich grad gemacht. Meins kriegt drin und dreh gerade. Ja. Meins auch gerade. Ja. Du machst mit dem Gaskoch. Geil. Tüüüü. Abgefahren. Ja, das wird schon weichen brauchen, glaube ich Ja, ja, deswegen tage ich auch Jetzt habe ich auch ein Stück Fleisch reingelegt Also meins ist immer noch roh, aber es ist schon rot Aber es wird rot, ja Ja, ja, meins auch Warte, ich gehe mal zum Kocher Ich habe gerade schon zwei reingelegt Geil Also du siehst ja, sie sind unterschiedlich rot Das heißt, meins ist schon, weil ich zuerst reingelegt habe Spaghetti al dente, oder was? Kannst du auch machen, ja Ich würde mal auf die Beschreibung achten Da steht immer noch roh bei allen Also solange da roh steht So ist es auch noch drin Lecker Das liegt schon gut So, dann gucken wir mal den Kochtopf hier an von ihm Aber irgendwie sieht es ein bisschen schwul aus, oder? Nicht schwul Wie schwul Ja Der Kochtopf ist tierisch heiß, aber da ist nichts drin, oder? Doch Geh mal rein und mach mal viel Content Ach so Ah Hör mal, man hört es kochen Ja, es brutzelt Ey, äh, 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 deine, deine Winger sind fertig Die sind beide burned Wer? Im Topf, im Kochtopf Ne, ich hab keinen, also meine Fleischreiner im Kochtopf Die sind beide gerade fertig geworden Und dem Fleisch auch schon, oder was? Weil es rot ist Bei ihm ist es schon fertig, ja Bei der Was heißt das? Ne, roh steht bei mir noch Ja, bei ihm im Kochtopf Bei uns ist es roh, ja Bei uns ist es roh, ja Bei uns ist es roh, ja Da steht burned dann Okay Du musst halt genau abwarten Die sind, bei uns stehen noch roh Ist wahrscheinlich so ein billiges kleines Lagerfeuer wie bei uns Das dauert länger dann möglicherweise Ich, hör zu, ich hör das kochen, so detailliert Wurzelt richtig Ja, ich hab's Ja, ich hab's So, meins ist fertig Und zwar ist es nicht burned, sondern guckt Also genau richtig Okay, dann werde ich gleich Um wie lange dauert noch meins? Sein ist man nämlich burned Das ging ratzfatz Bei ihm war es verbrannt Deine sind noch rohen Du musst genau darauf achten Und wie er dann richtet worden draußen Meins ist schön braun Und es guckt Geil So, das eine ist fertig, Kirill, nimmst du hier, ist es fertig Nice Genau Verstehst du? Vom Feinsten Genau Und vor allen Dingen Guck So, hier ist auch noch eins Hier ist auch noch eins Ein rohes Lack noch rum Ja, dann rein da Ja, aber natürlich Mach euch, volle Kanne Noch ein Nein, hab ich nicht Du hast die Funny Days in Maus Okay Ja, auf jetzt Ey, du bist schon wieder krank, was? Mach jetzt keinen Scheiß Ich hab Fleisch gegessen Ja, ich hab das eine Fleisch gegessen Ich wollte es mal ausbestellen Ja, aber das war burned Du hast aus deinem Kochtopf gesetzt Und das war burned Also sprich verbrannt Du hast selber gesagt, dass man dort Manchmal, wenn man Pech hat, krank werden kann Ja, ja, ist doch gut Ich kann mich doch hinlegen Also ich hab ein heißes Das sehe ich im Venture bei meinem Rucksack Ist immer noch rot Also richtig heiß noch Oder warm Und es ist guckt Also genau richtig So, soll ich es essen oder nicht? Das ist die Frage Erstmal ein bisschen Nimm es doch mit Nimm es doch mit Ich nehm es erstmal mit Ich bin ja eh schon besser Wo ist das andere, was da noch rum lag? Keine Ahnung Keine Ahnung Naja, pass auf, mir ist vorhin Teile der Waffe weggeglischt Und gestern ein ganzes Magazin verschwunden Ist halt alles buggy Warte, ich muss wieder was zu trinken eingießen Schön, schön Cool, cool Cool aus Das ist gut gemacht Auf jeden Fall Longhorn Ranger Ich bin ein Longhorn Ranger Longhorn Ranger Longhorn Ranger Ich bin ein Ja Ich bin ein Mann Ich bin ein